Wo ist denn jetzt hier Cara Trace liebt Lea Dahmer. Das würde ich gern festhalten. Wow, das ist aber auch. Wolltest du mich festhalten? Ich würde dich gerne festhalten. Cara Trace liebt Lea Dahmer. Ich liebe Cara Trace und es ist mir geil. Das macht jedes Mal Spaß. Du musst noch so einen fahrenden Zug mit einbauen. Und dann die Klatsch. Ich stelle mir da jedes Mal vor wie, keine Ahnung, wie der Hulk einfach so in den Rhein rennt. Von oben drauf springt. Komm jetzt an. Gott, sag mir die Wahrheit, bevor ich sterbe. Willkommen daheim, Herr Präsident. Ich bin bald. Ich bin bald. Ich bin bald. Für mich ist das Wilder. Willkommen beim Zölonsender, ein weiteres Mal und diesmal mit Phil. Guten Tag, Ben. Hallo. Und Jan. Grüezi wo. Mario ist schon wieder nicht da. Ich hatte gerade überlegt, als du sagst, bitte sag mir die Wahrheit bevor ich sterbe, dass dann kommt, Cara Trace, Liebling. Beim nächsten Mal dann. Das wird noch ein Running Gag. Ich befürchte auch. Ich befürchte, was das ist, schon einer. Für die letzten vier Folgen. Hallo Tim. Hallo Ben, wie geht's? Ganz gut. So, gehen wir zur Folge. Das beste Vorgepläne. So viel für den Smalltalk. Willkommen beim Smalltalk. So Podcast-Männer. Wir sind alle so gut in Konversation. Besonders gut. Wir sind ja schließlich hier kein Lover-Podcast. Wir haben ein Programm, ein strenges Programm. Man könnte auch einen Brummen-Podcast machen die ganze Zeit. Nein. Wie nennt sich das nochmal, wenn man solche Geräusche macht? So leise, ganz leise sprechen. Schlag auf. Diese Buchstaben. Ach Gott, wie heißt das doch? Nein, ich weiß, was du meinst. A-S. A-S? Nee, das war eine Krankheit. A-S-M-R. Ah, genau. Dass das was ist? So ein versteckter Kinder-Porno-Ring auf YouTube. Ist das wie mit dieser Pizzeria in den USA? Pizzagate. Ja, aber es ist ein bisschen anschaulicher, weil es so ein kleines rothaariges Mädchen ist, die... Ich glaube, ich will es gar nicht hören. Nee, du willst es nicht wissen. Es ist unglaublich. Ja, ich kann da. Ich behalte es für dich. Ich habe das in zweiter Schleife, also sekundär von irgendeinem YouTuber, der darüber ein Video gemacht hat, gesehen und das hat vollkommen gereicht. Der Typ hat sich durch die Videos gequält und er hat meine Hochachtung. Der steht jetzt wahrscheinlich auf irgendeiner Liste, aber er hat sich geopfert. Aber das YouTube ist der Bodensatz der Videogesellschaft. Willkommen beim Gute-Laune-Podcast. Zylonsender.net. ASMR war richtig, Phil. Ja, natürlich. Ich habe es ja auch gegoogelt. ASMR. Nein. Muss man damit... Ich finde das total unangenehm. Ich weiß gar nicht, warum da so viele Leute drauf abfahren. Die tappen doch die ganze Zeit so viel. Ich will das immer... Oh, ich finde das... Ich könnte mir vorstellen, dass das halt... Also manche Leute kriegen davon ja wirklich Sensation im Englischen. Also irgendwelche körperlichen Reaktionen. Ja, körperliche Reaktionen habe ich auch. Aber... Aber da war nicht bereuernd. Ich möchte weglaufen. Ja. Also die... So Sachen wie rauschende Baumwipfel oder sowas. Weißt du, das verstehe ich. Regen finde ich super. Ja, Regen, der an die Fensterscheibe klopft. Oder auf Dachfenster. Noch besser. Aber Leute, die Chips essen. Oder jemand, der mir so ins Ohr flüstert. Red doch normal. Ich habe letztens... Da war abends und dann hatte ich halt flüstert zu meiner Freundin gesagt. Die meinten, hör auf zu flüstern. Das macht mich wahnsinnig. Wo ich halt dachte, es ist Abendruhe. Die Hände sind hier so dünn. Wir leben in Japan. Nee, ich lebe hier jetzt in der Schweiz. Und hier gibt es echt noch Hausordnungen. Da denkst du dir, ich darf am Tag eine Stunde musizieren. Von neun bis zwölf oder von 14 bis 18 Uhr. Nee, eine Stunde innerhalb dieses Zeitfensters. Also so stets in der Hausordnung dran halten, werde ich mich, glaube ich, nicht. Muss die Stunde am Stück sein? Oder kannst du es auch in dreimal 20 Minuten aufteilen? Jede Stunde, fünf Minuten, einfach ganz laut. Genau. Immer eine Minute. Wunderschön. Altpapier muss man hier so vor die Tür stellen. Du musst Pakete daraus schnüren, die so handlich sind, dass die Leute, die es abholen, das mit einer Hand oder sowas, vielleicht auch zwei, auf jeden Fall, dass sie es einfach hochheben und in den Wagen schmeißen. Also wie im Internet, die Schweiz ist modern. Du sitzt hier am Wochenende, also wir saßen hier Sonntag und haben halt die ganzen Kartons vom Ikea-Bett und so weiter klein gemacht und in Pakete geschnürt und rausgestellt. Sie wurden nicht mitgenommen, weil es war ein Altpapier an dem Montag und nicht Karton. Karton ist nächste Woche. Ernsthaft? Ja. Aber die werfen das doch eh alles in einen Topf und kochen es dann. Am Montag hat es geregnet. Jetzt habe ich drei Pakete durch weichten Karton auf meinem Balkon liegen. Du kannst Briketts draus machen, die jetzt trocknen und dann in den Ofen stecken. Ich habe keinen Ofen hier. Ich habe zentrale Heizung. Meine Heizkörper, die haben noch nicht mal was zum Drehen, weil es hier so alt ist. Ich habe mal den Ingenieursbetrieb gegoogelt, der auf dem Heizungsding steht. Den gibt es gar nicht mehr. Da ist jetzt eine psychiatrische Klinik drin. Welcome to Switzerland. In so alten Mietverträgen stehen aber oft Sachen drin, die gar nicht gültig sind. Also rechtlich nicht gültig. So wie man darf nachts nicht duschen oder sowas. Du weißt nicht, ob das in der Schweiz nicht anders ist. Nach 20 Uhr dürfte man nicht duschen. Genau, das stimmt natürlich. Ob das in der Schweiz natürlich vielleicht anders ist. Aber ich habe mich jetzt natürlich auf deutsche Mietverträge bezogen. Ja, hier ist, also in der Schweiz, ich bin echt beeindruckt, hier gilt wirklich noch eine heilige Sonntagsruhe. Man hört nichts am Wochenende. Nicht mal die Kirchen. Manchmal wie in diesem Podcast. So, liebe Leute, so geht Smalltalk. Stimmt. Ich glaube, da hast du es kaputt gemacht. Kommen wir zurück zu Battlestar Galactica oder fangen wir überhaupt mal an mit Battlestar Galactica? Fangen wir an mit Battlestar Galactica. Denn wir haben ja eine Doppelfolge gehabt und haben in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche die Supernova geschaut und gehört. Und das war Blödsinn. Ich fange nochmal an. Mach doch noch ein bisschen Smalltalk. Ich dachte gerade, du disst die letzte Folge. Nein, ich bin der Zeit verrutscht. Ich spiele einfach das Intro nochmal ein. Terra, Trace, Lea, Adana. Also, kommen wir zu Battlestar Galactica. Wir haben eine Doppelfolge aktuell am Start und haben in der letzten Ausgabe das Auge des Jupiter. gehört und geschaut und haben jetzt die Supernova und auf Englisch Rapture. Das scheint auf Englisch, also im Original, tatsächlich sowas wie so ein Mitstaffelfinale gewesen zu sein mit Cliffhanger und so weiter. Das Auge des Jupiter, denn das wurde am 15. Dezember 2008 ausgestrahlt und dann erst die Supernova am 21. Januar 2007. Das kann nicht sein. In Wikipedia steht wirklich 15. Dezember 2006. Oh Mann, ich brauche eine Brille. Und 21. Januar 2007 verwechselt habe ich das, weil in Deutschland ist es tatsächlich innerhalb einer Woche ausgestrahlt worden. Am 1. Februar 2008 und am 8. Februar 2008. Also, da war der Cliffhanger nicht so lang. Genau wie das Auge des Jupiter ist Rapture regiert oder inszeniert von Michael Reimer. Aber die Autoren sind andere, denn wir haben nicht Mark Verheiden wie beim letzten Mal, sondern Bradley Thompson und David Weddle. Und ich fürchte, die Zusammenfassung mache ich heute. Das glaube ich auch. Na gut. Auf dem Planeten löst Apollo die Situation mit Anders auf, indem er die befiehlt, Starbuck zu suchen. Das hatte Phil ja schon angeteasert. Noch bevor die aufbricht, also die aufbricht, kommt ihr Begleiter bei einem Angriff ums Leben. Deswegen, sehr praktisch, muss der nicht mit. Die findet schließlich aber Starbuck und kann sie auch retten. Über die Folge verteilt. Adama fährt fort mit den Vorbereitungen des Atomraketenstarts und die Zylonen bekommen kalte Füße. Sie entscheiden sich dann, die Jäger zurückzuziehen. Wieder agiert hier Dana hinter dem Rücken der anderen und lässt einen Jäger weiterfliegen, weil sie sagt, wegen einem werden sie ja die Raketen nicht abfeuern. Die anderen drehen ab und die Galaktiker feuern tatsächlich nicht. Aber die Zylonen sind empört, ob dieses Verhaltens ihrer Mitstreiterin. Um ihre Tochter zu finden, lässt sich Athena von Hilo erschießen. Ihr Plan geht auf. Sie wacht auf dem Wiederauferstehungsschiff auf und kann die kranke Hera, ihre Tochter, mit Hilfe von Six retten. Beide kommen zur Galaktiker zurück, begleitet von Six. Die kommt auch mit und wird dann in die Brick gesperrt. Auf dem Jäger, den Dana hat weiterfliegen lassen, befinden sich dann schließlich, das müssen andere Versionen sein von Dana, Balta und Kevil. Also bei Balta ist man sich dann nicht so sicher. Den gibt es vielleicht nur einmal. Kevil wird dann direkt von Dana erschossen im Tempel und Dana tritt dann in das Licht im Tempel und kann dann die letzten fünf sehen. Der Zuschauer aber nicht. Also zumindest nicht erkennen, man sieht die Gesichter schon so ein bisschen. Und vor ihrem Tod kann sie aber Balta nicht mehr sagen, wer es war, wenn sie stirbt durch diese Begegnung. Ja, und Balta wird dann vom Chief gefangen genommen, wie man im Intro schon gehört hat. Und Dana wird nach ihrer Wiederauferstehung geboxt. Also nicht geboxt, sondern... Noch eine Box-Folge? Cool, eine Folge für Jan. Ja, anschließend explodiert dann noch die Sonne und alle fliegen weg. Ja. Danke, Tim. Ergänzung. Gewertung. Ja. Zum Ende hin, aber das können wir auch drüber reden, wenn wir am Ende sind. Gut. Ja, dann geht es direkt mit dem Cliffhanger los. Die ist so ein bisschen empört, dass sie jetzt Starbucks suchen soll. Zuerst mit ihrem namenlosen Marine, der aber dann direkt eins in die Fresse kriegt und dann muss sie es eben alleine machen. Ja, genau. Aber sie ist dann da auch nicht mehr sicher, wo sie ist, weil er ist ja auch noch hinter der Deckung, als er erschossen wird. Deswegen bleibt ihr eigentlich sowieso nur die Flucht in Richtung qualmendem Raptor. Auch davor sagt sie, weil Lee Adama gibt ihr, ihr Ehemann gibt ihr den Befehl, nach vorne zu gehen und Cara Trace, seine Geliebte momentan zu retten. Und sie, ganz professionell, sagt, ja, okay, verstanden, Major Asshole. Und macht es. Wohingegen der ungeliebt geliebte, wie hieß er noch, Samuel L. Anderson. Richard Dean Anderson. Da er einen riesen Aufstand macht im Lager und es aber jetzt Gott sei Dank sich, warum auch immer, am Riemen gerissen hat. Naja, also Lee erschlägt ja damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Also zum einen wird er seine ungeliebte Ehefrau los und zum anderen berückt er. Wenn beide sterben, dann muss ich mich nicht entscheiden, das ist sehr schön. Weil Anders dann zumindest mitbekommen hat, dass Starbuck gesucht wird. Das stimmt. Und wirklich für jeden Fall, dass Starbuck und die sterben, dann ist er fein aus dem Schneider. Genau, nein, also Lee macht sich natürlich auch Sorgen um Starbuck. Ausschließlich um Starbuck. Ja, sie haben sich auch noch so angeschrien, Anders und Lee. Und dann wird aber die Situation tatsächlich aufgelöst, wie du schon sagst. Und dann übernimmt Anders die Führung über die Zivilisten. Denn er ist ja der große Guerillakämpfer und sie wollen da so einen Guerillakrieg aufziehen. Mit selbstgebauten Algenbomben. Ich weiß nicht. Sie haben ja schon Waffen, aber sie bauen da auch noch irgendwas, glaube ich, habe ich mitbekommen. Ja, sie bauen irgendwelche Bomben aus Treibstoff oder so, keine Ahnung. Den brauchst du ja, um Algen zu raffinerieren. Ah, genau. Garantiert. Aber er sagt einfach, es ist okay, Angst zu haben, ich habe auch Angst. Und er sagt, wow, du wärst ein super Offizier. Genau. Und alle so, oh ja, ja, oh, jetzt geht es mir viel besser. Wie inspiriert. Wir haben alle Angst. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Ja, es war sehr inspirierend. Ich habe mich an den Herrn der Ringe erinnert gefühlt. Ein Bluttag. A red day. Ach so, ja. Das war das Gleiche, glaube ich, oder? Wir werden alle sterben. Wir werden nämlich alle in einer Reihe. Ang. Ja, dann beginnt da die Vorbereitung und dann Schwenk auf den anderen Cliffhanger. Und da bemerkt dann Adama. Naja, erstmal kriegt er gemeldet, dass die Jäger abdrehen. Dann sagt er, ich drehe nicht alle ab. Ich schieße trotzdem. Nein, ich schieße da nicht. Und damit hat Denner letztendlich recht behalten. Aber ich habe schon gesagt, die anderen sind empört, weil sie schon wieder hintergangen wurden. Denn das war auch wieder nicht abgesprochen. Das sagt dann auch, wie heißt er? Kevin? Nee, den Leoben, den Starbuck im Oben gebracht hat. Genau. Er sagt, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir das zusammen beschließen. Genau, und Kevin deutet ja dann schon so ein bisschen was an, indem er sagt, vielleicht müssen wir früher oder später Konsequenzen ziehen aus dem Handeln der Dreier. Genau, eher früher. Ja, eher früher, genau. Keine Einzelgänge. Ich habe auch in der letzten Folge das, glaube ich, schon vorweg gegriffen. Es tut mir leid. Mit dem Zurückfahren der Adama geht. Das weiß doch keiner mehr, was du vor zwei Wochen gesagt hast. Wäre ja dann auch kein Cliffhanger gewesen. Genau. Aber hier ist Kevin so ein bisschen inkonsistent. Inkontinent. Wieso? Weil er hier in dieser Abstimmung, die da so ziemlich schnell geht, dann auch noch sagt, während er ja in der letzten Folge noch gesagt hat, ist mir doch egal, ob wir fünf Minuten oder 5000 Jahre suchen, ist uns egal. Jetzt sagt er noch, wir haben schon so viel auf uns genommen, wir dürfen das nicht aufs Spiel setzen. Ich stimme auch dafür. Vielleicht stimmt er ja nur dafür, um zu gucken, ob sie sich dran hält. Das kann sein. Er ist ja ein Fuchs. Ja, möglich. Das ist richtig. Ja, und das müssen ja Kopien sein auf dem Jäger von denen, die tatsächlich noch unterwegs sind, gell? Weil die sind ja noch hier. Also, wer ist die Kopie und wer ist das? Die Diana auf dem Jäger ist ja quasi die, die wir kennen, die Reporterin. Ja. Und die Diana auf dem Basisstern ist irgendeine. Ja, aber die hat ja die Entscheidung getroffen, dass der Jäger weiterfliegt. Ja, aber nur mit der Begründung, Diana muss auf dem Planeten ankommen. Ja, ja. Die besondere Diana. Aber ein Kevil ist ja da auch drauf. Ja, ein nicht so besonderer Kevil. Ja. Weil der besondere Kevil, der ist ja der, der sich mit der Patronenhülse umgebracht hat. Es gibt ja lustige, weil ich weiß gar nicht, ob es auch einen besonderen Leoben gibt, weil es gibt ja besondere Six, es gibt zwei besondere Boomer. Ja, es gibt ja der Leoben, der mit Starbuck zusammengewohnt hat, oder? Ja, aber war es nicht immer wieder ein Neuer? Nee. Nee. Das war auch der gleiche, den sie in der ersten Staffel aus den Eimer gefangen genommen haben und dann geluftschleust haben. Ja. Okay, stimmt. Und bei dem Doktor gibt es, also der ist nicht sehr besonders. Der ist auch nicht wirklich nötig. Das wollte ich erst am Ende sagen, aber es passt jetzt gerade bei Six, fällt mir in dieser Episode nochmal explizit auf, wie anders die ist im Gegensatz zur Head Six. Das haben wir bestimmt schon öfter besprochen, weil die Six, die echt ist, das ist ja die Six, die auch auf der Pegasus gefangen war in Staffel 2. Ja, genau, so wie der echte Balter ganz anders ist als der Kopf Balter. Ja, genau, der ist ja auch total selbst, hat totales Selbstvertrauen, dieser Kopf Balter und das ist eigentlich bei ihr genauso und das war mir in der Richtung noch gar nicht so aufgefallen, wie unterschiedlich die auch sind, weil sie ist ja die ganze Folge sehr unsicher und sie versteht das alles überhaupt nicht, was da so passiert und die andere Six hat ja immer die totale Kontrolle, die Kopf Six. Moment, aber die Six auf dem Basisstern ist doch nicht die, die auf der Pegasus war, sondern das ist doch die, die auf Caprica war. Zumindest sieht sie genauso aus. Die von der Pegasus, die hat sich doch mit der Atombombe wieder durchbringt. Genau, die Pegasus Six hat sich doch umgebracht, ohne dass sie wieder respawn. Weil kein Schiff in der Nähe war. Genau. Achso. Okay, aber das ist ja die, die mit Balter zusammen... Genau. Ja, aber die beiden sehen ja auch trotzdem gleich aus, während die Head Six ja ganz anders aussieht. Die hat ja eine ganz andere Frisur. Aber die... Nö. Doch. Die Head Six und die Caprica Six, die sehen eins zu eins gleich aus. Nein, die haben doch eine andere Frisur. Nein, haben die nicht. Hallo, haben die. Die Pegasus Six, die hat eine andere Frisur. Genau, die hat eine Brille getragen. Ja. Nein, die Pegasus Six und die Six auf dem Basisstand haben die gleiche Frisur. Die sehen gleich aus, während die Head Six die Haare so hoch toupiert hat. Aber hallo. Nein. Doch. Ich halte mich da raus. Ist ja auch egal. Wir tun dann einfach zwei Screenshots in die Shownotes und dann sehen die Leute, dass Tim Unrecht hat. Das mache ich. Ich kann das nur bei Glatzköpfen beurteilen. Der Einzige, der das machen wird, werde ja sowieso ich sein und dann werde ich die schon so anordnen. Das ist die, das ist die gar nicht. Genau. So. Auf jeden Fall. Nochmal, sie ist total unsicher die ganze Episode über und zurückhaltend und weiß gar nicht so richtig, was abgeht. Auch hinterher bei dem Baby. Ja. War mir hier nur nochmal aufgefallen. Wie ist denn das eigentlich mit der Head Six? Die taucht ja jetzt auch wieder auf. Haben wir die schon länger nicht mehr gesehen? Oder kann ich mich nur nicht erinnern? Sie kam doch, als sie auf die Galactica gekommen sind. In der letzten Folge? In der letzten Folge. Ah, okay. Da meinte Walter ja, es ist irgendwie schön, doch wieder hier zu sein. Ah, richtig. Genau. Da hat er sich ja gefragt, ob er zum letzten Mal hier ist. Stimmt, das habe ich vergessen. Gut, dann ist das jetzt nichts Besonderes, dass sie wieder da ist. Ja, dann Hilo und Athena. Dein Klang so nach. Ach so. Sind bedrückt. Ja, nachdem sie wissen, dass ihr Kind noch lebt und dass sie hintergangen wurden, ja, haben sie anscheinend den Entschluss gefasst, die einzig effektive Art zu nehmen, zu ihrem Kind zu kommen. Und, ähm, Hilo erschießt mehr oder minder freiwillig seine Frau, damit sie auf dem Basisstern, beziehungsweise in der Nähe auf einem Wiederauferstehungsschiff, äh, wieder auferstehen kann. Und dadurch kann sie vielleicht zu ihrem Kind kommen. Es war ein sehr dicker Flatscher an der Wand, als er abgedrückt hat. Aber es funktioniert und sie erzählt dann auch gleich, Dana, die sie, ähm, beim Aufwachen trifft, dass, ähm, also sie belügt sie ja gleich, dass sie sagt, sie hat erkannt, dass es doch ihr, ihr, ähm, Weg hier ist, bei den Psylonen zu sein. Und das ist erstmal total okay für die Psylonen. Ach so, ja, dann. Naja, finde ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht ganz unglaubwürdig. Dass die das für plausibel halten, dass, dass Afina jetzt sich doch von den Menschen abwenden will, nachdem die Geschichte mit ihrer Tochter ja, ja, klar geworden ist. Und dann? Und dann lässt sie sich zu ihrem kleinen Baby bringen. Also so klein ist das Baby ja nicht mehr, ist ja wahrscheinlich eher schon fünf oder so gefühlt. Aber, ähm, ja. Ja, sie ist schon relativ groß, oder? Ja, aber es ist noch keine fünf. Ja, dann ist es drei. Meinst du Jahre oder Monate? Ich weiß ja nicht, wie schnell die Psylonen altern. Das ist ja auch nur ein halber Psylon. Dann altert sie vielleicht halb so langsam wie ein Psylon, aber anders als ein, ähm, egal. Ähm, ja. Auf jeden Fall liegt sie da und schreit. Und, äh, bei näherer Untersuchung stellt die Mutter fest, dass ihr, ihr Bauch extrem hart ist und das Kind wohl schon länger nicht mehr Kacka gemacht hat. Bei näherer Betrachtung stelle ich fest, dass ich Slipp ertrage. Ist das jetzt wieder eine von den Simpsons-Referenzen, die bestimmte Leute kennen? Okay. Ja, sehr, sehr schön. Ja, und sie, ähm, kommt halt zu dem Entschluss, dass der Einzige, der dem Kind wirklich helfen kann, ein Arzt ist, der sich auch mit Menschen auskennt. Da die Psylonen-Ärzte, die das Kind angeblich schon untersucht haben, anscheinend zu blöde waren, eins und eins zusammen zu zählen. Öl wechsel gemacht, hat nicht geholfen. Poliert. Akku angeschlossen, hat nicht geholfen. Festplatte defragmentiert. Hat auch nicht geholfen. Ein- und ausgeschaltet. Alles hat nicht geholfen. War der Norton-Disk-Doktor. Haben reingepustet. Das hat auch nicht geholfen. Aufgemacht, Staubsaugereien, ausgestaubt, hat auch nicht geholfen. Ich glaube, es ist kaputt. Windows ist da drauf. Boomer 6 war von der Idee jetzt nicht so begeistert. Und, ähm, ja. Hat dann auch langsam die Geduld verloren und gedroht, das Kind umzubringen. Weil sie halt auch der Meinung ist, dass dieses Ganze, dieses Kind ist die Zukunft. unserer Rasse, dann eigentlich nichts wert ist. Und, ja. Als sie dann anfängt, das Kind zu bedrohen, kriegt sie von der Caprica Six von hinten einer um den Deckel. Und bricht ihr das Genick. Und die beiden hauen ab. Breaking News. Mario hat einen Diebstahl aufgedeckt und fährt jetzt heim. Okay, cool. Da bin ich schon mal gespannt, was er erzählt. Liebe Zuhörer, beim nächsten Mal im Zulon-Sender exklusiv die Geschichte von Mario und wie er einen Diebstahl aufgedeckt hat und dann heimgefahren ist. Dann heimgefahren? Wir sind gespannt. Schön, wenn sein Boss sagt, okay Mario, das war alles, was du versucht hast mitgehen zu lassen. Ja, okay, dann kannst du jetzt nach Hause. Ach so meinst du das mit Diebstahl aufdecken. Wir sind gespannt, aber machen wir mal. Mein Diebstahl wurde aufgedeckt, war jetzt nach Hause. Ja, letztendlich flüchten die beiden dann in einem rein zufällig auf diesen Basisstern geparkten Raptor. Deswegen heißt die Folge auch Rapture. Rapture. Ja, nein. Und kommen dann am Ende der Folge an, so nächstes Thema. Phil. Ja. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Was ist der nächste Thema? Auf dem Planeten? Ja. Wo haben wir denn da aufgehört? Die hat den Vogel von Starbuck wieder flugfähig gemacht. Was macht der denn da? Mach weiter. Der Jan verbreitet nur Lügen. Sie hat ihr auch die Hände verarztet. Stimmt. Die richtig fies aussah. Das fand ich mal eine gute Maske. Ja. Vor allem noch mit diesen Handschuhen, die sich da reingebrannt haben. Ja, die Handschuhen verschmolzen mit dem Fleisch der Hand. Und wie sie dann versucht, mit dem Mund die Handschuhe auszuziehen. Au, 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 au. Ja, das war nicht so angenehm. Nee, glaube ich auch nicht. Das hat sich bestimmt noch nicht so angenehm angefühlt. Meint ihr, das war Maske oder die haben das echt reingebrannt? Das haben die echt gemacht. Das haben die echt gemacht. Olmos hat gesagt, mach doch mal einfach einen Abend vorher Mikrowelle auf und dann Hände rein. Oder auf die Herdplatte mit Gummihandschuhen und dann kommst du morgens umsonst. Und warte, warte. Nachdem sie so 20 Minuten mit offener Tür vor der Mikrowelle gestanden haben und sich gewundert haben, dass nichts passiert. Haben sie die Herdplatte genommen. Stell dich doch einfach mal in die Mikrowelle rein. Ja, also während die eben Starbuck da rausholt, verteidigen Enders und Apollo und eigentlich alle außer der Chief den Tempel. Der kommt aber nicht so richtig voran, da die geheime Botschaft irgendwie zu entschlüsseln. So der Chief. Der Chief. Ja. Ja. Ja, ja, ich will nur nochmal versichern, das hat, das klang nicht so, äh, so zusammenhängend logisch, dass der Chief eher ist, aber er ist der Chief, okay. Er, 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 achso, ja, ja, natürlich. Der Chief ist ein Er. Er ist der Chief. Und sie, sie beschließen dann den Tempel lieber zu sprengen, evakuieren und wenn wir den Tempel nicht haben können, dann darf ihn keiner haben. Warum wollen eigentlich alle meine Generäle meine Tempel sprengen? Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass der Phil die Referenz erkennt. Das ist aus der Brücke von Arnheim, wo der General sagt, warum wollen eigentlich alle meine Generäle meine Brücke sprengen? Nach dem, egal, mach weiter. Ich hab den nur einmal gesehen. Ei, 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 ei. Du kannst ihn also nicht auswendig. Das ist richtig. Bevor sie den Tempel dann aber sprengen können, kommen Balter und seine beiden Zylon-Buddies an. Und, und trennen sofort die, die Verbindung zu dem, zu dem Zünder. Und dann passiert da das, was du, du vorhin schon gesagt hast, ähm, Cavill wird ausgeschaltet und Diana kann dann die, die fünf letzten Zylonen sehen. Und sie ist teilweise ziemlich überrascht, was sie sieht. Ja, sie sagt ja irgendwie so, äh, was, du? Sie meinte irgendwie, oh du, sorry, ich hatte keine Ahnung. Genau. Und dann geben die sich noch irgendwie die Hand oder so und dann wird sie schon rausgerissen von Balter. Können wir mal überlegen, zu wem sie mal böse war? Balter. Hm. Zu ihrer Mutter. Das wird aber nicht. Naja, das soll ja auf jeden Fall angedeutet werden, das ist eine Möglichkeit, weil es geht ja auch die ganze Zeit. Balter. Das ist jemand, zu dem sie gemein war. Vielleicht ihr Kameramann, als sie die Journalistin war. Ja, aber dann ist es schon so angedeutet, damit es extra offen bleibt. Weil ich hätte mir jetzt schon vorgestellt, dass sie was anderes sagt, wenn es wirklich Balter ist. Ja, aber das soll auf jeden Fall offen gehalten werden. Ja, ja, genau. Genau. Man konnte sich deutlicher machen, ob. Und dieses I had no idea. Ah, genau, das war das. Es soll aber auch zeigen, dass es ein Charakter ist, den der Zuschauer schon kennt, weil sonst wäre es ja witzlos. Genau, das war das, was ich vorhin sagen wollte, als ich noch was ergänzen wollte zu Tims Zusammenfassung, dass Diana ja eine Person definitiv erkannt hat. Ja. Das fand ich schon sehr interessant, weil, ja, sie hatte ja zumindest, sagen wir mal, wenn die Kamera drauf gehalten hat, nicht zu allen Leuten Kontakt. Nee, aber auch bei anderen hat sie schon auch ein erstauntes Gesicht gemacht, oder? Ja, oder, ja, ich meine, sie sieht die feine Pfeife. Ein genanwaltes Gesicht wird sie nicht machen, aber beim einen war sie ja wirklich so, öh, what the? Ja, das scheint ja anscheinend eine Person gewesen zu haben, wie ihr gesagt habt, zu der oder zu dem sie böse war. Und das ist ja schon, puh. Eine lange, nicht. Ungefähr jeder, mit dem sie Kontakt hatte. Und das funktioniert ja auch nur, weil der Chief draußen auf einmal Hemmungen hat, das Ding in die Luft zu springen, weil er als Sohn eines Priesters das nicht übers Herz bringt. Genau. Und nur das ermöglicht denen ja die Zünder aus dem Sprengstoff rauszuziehen und dann drückt Lee Adama auf den Knopf und nichts passiert. Uh, ach nee, Moment. Und dann kommt dann noch die Nova, die man dann am Himmel sieht, weil dann sagt der Chief noch so, was ist das? Oder gucken sie. Es ist wunderschön. Es ist blaues Licht. Ja. Ja, und an Bord der Galactica kriegen die auch den, äh, die Energiewelle und dann kommt Gator, der Heliumfleisch. Genau. Er hat's ja, äh, zuvor schon prognostiziert. Das heißt, die haben nicht mehr lange Zeit und dann wird der Planet von der Schockwelle der Nova zu Staub zu mahlen. Mhm. Ja, und deshalb ist ja gut, dass Starbucks, äh, Jäger wieder einsatzbereit ist. Der, der Chief kassiert ja den, den Balter auch noch ein. Mhm, haben wir gehört. Und die Nummer drei, also die, wie heißt sie noch? Xena. Xena. Genau, die bekommt ja ganz milchige Augen nach ihrem, nach ihrer Vision, Nasenbluten und fällt tot in sich zusammen. Und dann steht Balter noch so da, tritt auch in dieses Auge und tritt noch so beiläufig den Arm der toten Diana aus dem Kreis raus. Ja. Zeigt es mir. Bin ich ein Ceylon? Passiert aber nichts, nur außer, dass die Waffe an den Kopf kommt. Ja. Kommt kein Licht, kommt nur Dunkelheit. Und dann kommen alle noch vor dem, vor der Nova zurück auf die Galaktika und die springt dann weg, genauso wie die Basissterne der Ceylonen. Genau, und Dana wird dann wieder im Auferstehungsschiff auferstanden und wird dann geboxt, habe ich gesagt. Ja. Ja, das ist ein bisschen komisch, weil der Begriff bis jetzt noch nicht eingeführt wurde, oder? Was die Box ist. Sie kommt in die Box. Wir sperren sie in die Box oder so, sagt ja Cavill. Echt? Ja. Auf Neukaprika, als sie da in die Kaffee oder so waren. Irgendwann schon mal drüber geredet. Ach so. Ja. Ich glaube, die Caprica Six hat mit der Boomer. Ah, weil sie beiden sich gestritten haben in diesem, unter der, in der Tiefgarage, wo sie durch die Explosion unten waren. Ja, genau. Mit dem Auto. Ja, genau. Sexy Mom. Genau. So heißt auch unsere Folge. Genau, da hatten sie doch schon drüber gesprochen. Es waren ja auch die beiden, oder? Das war ja auch Dana und Six. Ja. Ja. Und die Boomer war noch dabei, glaube ich. Die Boomer-Nummer. Ich habe die Nummer vergessen. Acht. Acht? Acht, genau. Acht. Ja. Okay, dann hatten wir das doch schon. Mit der Box. Also das ist irgendwie, sie können sich dann nicht mehr immaterialisieren und werden irgendwie gefangen gehalten als Datenspeicher. Keine Ahnung. Auch so im USB-Stick. Sie werden quasi aus der Serie gestellt. Genau. Aber sie können auch wieder erwachen, sagt Kevill. Ja, genau. Wenn sie wieder in Serie gestellt werden. Ja. Ja. Also sie können da wieder rausgeholt werden. Meinst du? Ja. Und dann hat man noch gesehen, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das das bedeuten sollte, ähm, als Kevill dann geht von diesem, äh, Bad, von dieser Badewanne, dass da ganz viele stehen. Aber das war ja eigentlich das Auferstehungsschiff und nicht die Box, oder? Ja. Ja, aber die haben alle Dreier eingeboxt, nicht nur Diana. Und die lagen alle in diesen Wannen, oder sollte das das nicht bedeuten? Ich denke mal, weil man hat neben ganz vielen von den Wannen auch tatsächlich einen Kevill gesehen. Ah, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Keine Ahnung, ob die die alle gezielt umgebracht haben, damit die alle gleichzeitig wieder auferstehen, aber auf jeden Fall wurden die alle geboxt. Er hat ja auch gesagt, dass sie sich entschieden haben, das ganze Modell einzusammeln. Und, ja, scheint ja das erste Mal gewesen zu sein. Weil alle anderen Modelle sind ja noch da. Ja. Vielleicht sind die fünf, aber auch geboxte Modelle. Das kann auch sein, jetzt gibt es die Final Six. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe dich geboxt, es tut mir so leid. Sie hat sich schon selbst gesehen oder so. Das wäre lustig. Das wäre, puh. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich deine letzten fünf bin. Alle fünf. Alle fünf. Ja, und auf der Caprica ist die Familie wieder vereint. Ach, auf der Caprica, auf der Galactica. Ist die Familie wieder vereint. Glücklich. Und Six wird geboxt. Und Six wird geprägt. Ja. Geprägt. Und Balta wird im Leichensack auf die Galactica geschmuggelt. Ja. Sagt, äh, sagt Hei noch so. Er lebt noch. Ja, leider. Leider. Brickt ihn in die Brick. Ja. Gebrickt nennt man das übrigens, wenn man sein Telefon flasht und, ähm, es dabei kaputt geht, weil es dann nur noch ein Ziegelstein ist. Mhm. Joa, selbst schuld, würde ich sagen. Tach-Ausdrücke, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Gebrickt. Ich find's ja immer so beeindruckend, wenn, äh, die zivile Flotte schon längst weggesprungen ist und die Galactica jetzt anscheinend mit 25 Stunden Verzögerung nachgesprungen ist, dass sie exakt zwischen die zivilen Schiffe springt. Aber ziemlich eng, dass die, dass die nicht in irgendein anderes Schiff reinspringen. Ja, also, ganz ehrlich, diese zivilen Schiffe müssen ja anscheinend immer so ein Loch in sich halten und da darf auch nie irgendjemand durchfliegen, weil man weiß ja nie, wann die Galactica zurückspringen. Nicht bewegen, nicht bewegen. Ich so, die Formation muss gehalten werden, bis die Galactica kommt. Was passiert, wenn sie nicht auftauchten? An dem Plan haben wir nicht, an der Situation haben wir nie gedacht. Ja, aber das sah schon spektakulär aus, dieses Riesen-Ding. Das ist doch Quatsch, oder? Ja, aber. Ja, darauf legt Adama auch weg. Wie spektakulär aussehen. Ich fand's ein bisschen blöd. Direkt vorm Fenster der Präsidentin. Wirklich. Hallo. 100 Meter neben das nächste Schiff gesprungen. Ja. Ja, aber das sah schon beeindruckend. Also, in dieser Einstellung hat man halt mal wieder gesehen, wie massiv dieser Kampfstern, also, was ein Kampfstern ist für einen Riesenbrot, dass diese Bezeichnung schon ihren Grund hat. Dem ist es auch scheißegal, wenn er ein anderes Schiff hat. Pech. Das hätte wahrscheinlich noch nicht mal gemerkt. Ich habe zuerst angefangen, da hinzutreten, wenn du da reinläufst. Das war eine militärische Anflugssituation. We break for nobody. Ja, Spaceballs, genau. Und Präsidentin steht wieder auf, tritt seufzens an Whiteboard und streicht die Nummer durch. 3.000 Leute weniger. Miral, wenn sie so weitermachen, erreichen wir die Erde nie. Ausgezeichnet. Und dann kommt noch etwas, was ich am Anfang noch gar nicht in der Zusammenfassung erzählt habe, was aber sehr mysteriös und interessant ist. Denn. 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 Ben. Ilo stellt die Verbindung her zu. Ach ja. Starbuck. Genau. Das Auge des Jupiter, dieses Ding, was sie in ihrem Apartment schon als Wandkritzelei Stimmt, er hat die Fotos gesehen, die ihn mitgebracht haben, weil ich dachte, hä? Nein. Er war mit ihr doch in der Wohnung. Nein, nein. Die Fotos von unten vom Tempel, weil ich dachte, hä? Er war doch gar nicht im Tempel. Aber dann ist es mir gerade, äh, gedämmert. Ja. Und, ähm, er war ja bei ihr in der Wohnung auf Caprica, als sie von Ceylon geflüchtet sind. Mhm. Und da hat er eben diese, diese Malerei neben der Treppe schon gesehen. Ja. Starbuck hat ja so ganz viele Malereien da rumliegen. Und die sieht genauso aus wie das Auge des Jupiter. Da, da, da. Aber Starbuck, ähm, kann sich nicht erklären, warum sie das malen. Mal, sie sagt nur, das mal sie schon als Kind immer, ja. Dann fällt ihr aber noch ein, dass Lioben ja ihr erzählt hat, sie hätte eine Bestimmung. Ja, Jan, fand ich auch witzig, wie sie da in ihrem Bett liegt mit diesen einbandagierten Händen. Wie, 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 wie so ein kleiner T-Rex. Und, und Hilo so, komm, mal nochmal, mal nochmal. Ja, das ist dann wieder so ein bisschen so ein, so ein Clefjanger, dass da wohl sich noch was draus entwickelt. Wie es mit Hera weitergeht, erfahren wir nicht. Außer, dass sie sagen, schnell zu Dr. Kottel. Leider ist Dr. Kottel nicht aufgetaucht. Schade eigentlich. Wird ja einfach ein bisschen, ab, ne, wie heißt dieses Salz? Irgend so ein Abführsalz gegeben. Pflaumensaft. Worf hat immer Pflaumensaft getrunken. Ist das nicht verstopfend? Ne. Keine Ahnung. Glaub nicht. Worf wird schon recht haben. Worf wird recht haben. Ja. Und wie die Zölonen, ob die abgeflogen sind oder verglüht sind, hat man nicht gesehen. Oder sind die auch weggesprungen? Hat man doch gesehen? Ich weiß nicht mehr. Das hat man gesehen. Hat man gesehen. Die sind weggesprungen. Alle sind weg. Weiß man dann jetzt was? Kennt man denn jetzt den Weg zur Erde? Das hat doch niemand was rausgelegt. Nö. Sie wissen ja jetzt, dass es noch schon mal so eine Nova gab. Und sie wissen, wo die Nova stattgefunden hat. Die ja genau vor 4000 Jahren stattgefunden hat. Also genau dann, als dieser Tempel gebaut wurde. Und ja, dann fliegt die Zeit dahin. Weil sie sagen, das Auge des Jupiter ist im Prinzip diese Nova. Ja, aber was, die ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Die von die alten Jahren. Daraus hat sich ja dieser Nebel gebildet. Dieser ionische Nebel oder wie haben sie ihn genannt? Und zu diesem Nebel fliegen sie jetzt halt. Und gucken, was da so drin ist. Ich dachte, dass deswegen eben die Vision von Cara Trace wieder in den Vordergrund gerückt wird. Das hier irgendwie als Navigationssystem benutzt wird. Denn jetzt kommen wir so langsam an den Punkt der Serie, wo auch ich die Folgen zum ersten Mal gucke. Was? Ich habe ja immer gesagt, ich habe die nie komplett geguckt. Die Serie, die letzte Staffel und ein paar zerquetschte. Und jetzt so langsam, also daran erinnere ich mich noch. Und auch noch ein paar Sachen mehr. Aber weißt du, wer die fünf Zylonen sind? Nee. Oh. Also ein paar weiß ich, aber ich weiß keine fünf. Ich auch nicht. Glaube ich. Doch, ich glaube, ich wurde das hier zusammengeschrieben. Nein. Dann fang mal an. Auch in dem Moment. Ja, aber, ja. Ja, und dann haben wir noch, und. Ich glaube, ich würde nicht alle zusammengeschrieben, tatsächlich. Es sind ja auch noch welche beiden, die wir noch nie gesehen haben. Mir fallen gerade drei ein. Oder vier. Ich weiß es, wie gesagt. Wir haben alle schon gesehen. Danke für diese Eingebung. Ja, aber das war doch klar, nachdem Diana quasi alle fünf erkannt hat, wäre es sehr, sehr blöde, wenn man jetzt Leute nehmen würde, die man noch nie gesehen hat. Red dich nur raus. Nur weil du einer doch da bist. Ich nehme ihm zu. Wir sind doch alle die letzten fünf. Das wäre sehr blöde. Ja. Es wäre einfach so lustig, in der letzten Folge sind es einfach fünf Charaktere, die noch nie gesehen haben. Ja, das sind die letzten fünf Zylonen. So Ingenieure der Galaktiker. Die man im Pilotfilm kurz im Hintergrund gesehen hat. Ja, die die ganze Serie immer im Hintergrund irgendwie zu sehen waren. Oh, Adar war auch ein Zylonen. Oh, schade. Verdammt. Ah, hier. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er hieß. Der in der einen Folge aufgetaucht ist, den Adar mal zurückgelassen hatte im Zylonen-Raum. Bulldog. Genau, Bulldog. Ah, Bulldog war einer der letzten fünf. Schade, dass wir ihn irgendwo hin gehen lassen haben. Wir wussten nicht. Wir finden ihn nicht mehr. Genau, Crashdown. Crashdown, ja. Na gut, also ich hatte ja irgendwie so in Erinnerung, dass man das in dieser Folge schon erfährt, aber scheinbar ... Oh, das dauert noch. Noch nicht. Es sei denn, du sagst sie uns jetzt alle. Nein. Mist. Man hat ja tatsächlich zwei Gesichter gesehen, aber nicht erkannt wegen dem grellen Licht. Und weil die kaputt sind im Gesicht hingen. Was ich mich ja tatsächlich frage, ist, ob unter diesen fünf Masken die fünf Schauspieler stecken, die uns hinterher als die fünf Zylonen gezeigt werden. Hm. Oder ob da jetzt einfach nur irgendwelche fünf Stand-Ins waren und das Gesicht, das man so halb erkennen konnte auf der rechten Seite, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was am Ende richtig ist. Dass die Leute, oder dass die Autoren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wussten, wer die fünf denn sein sollen. Und they had a plan. Na, ich glaub schon. Das kannst du ja bis zum nächsten Mal recherchieren. Recherchieren. Ich recherchier das mal. Twitterst du einfach mal Ronald D. Moore an. Er hatte doch keine Ahnung, wie die bei Lost, oder? Ja. Und dann fragst du JMS. Der wird bestimmt was sagen. Ja. Er hätte sich das schon längst ausgedacht. 18 Jahre im Bord. Ich müsste mir erstmal einen Twitter-Account dazu machen. Deswegen macht Ben das ja. Ja, ich mach das. Sehr gut. Danke, Ben. Von ihm kam ja die Idee. Nun gut. Bewertung. Phil darf anfangen, weil du beim letzten Mal als letzter warst. Das ist ja voll gelogen. Aber um das wieder auszugleichen, was beim letzten Mal falsch war. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich gebe der Folge, wie der letzten Folge, auch 8 Punkte. War spannend. Auf hohem Niveau mit nur kleinen Durchhängern. Auch hier war wieder das Auf dem Planeten. Der schwächere Teil. Ich fand dieses Verteidigungsgedönse mit Enders, war mir ein bisschen zu viel vom Umfang. Die Szene mit D und Starbuck zusammen, die hat mir erstaunlich gut gefallen. Die fand ich viel intensiver, als ich das vorher erwartet hätte. Und ging mir auch gar nicht groß auf die Nerven. Ja, starkes Ende. Ich finde, dass Diana jetzt irgendwie komplett weg ist. Balta ist zurück bei den Menschen. Ich finde, das war eine schöne, runde Doppelfolge. Hätte mich ganz schön angenervt, wenn ich da so eine lange Pause zwischendrin hätte aushalten müssen, wie das damals bei der Erstausstrahlung war. Da hast du zwei Jahre warten müssen, bis die überhaupt kamen. Ja, fand ich gut. Okay. Jan. Ja, ich kann mich da viel nur anschließen. Auch die Planetensachen waren jetzt im Vergleich zu den Weltallsachen wie bei der letzten Folge nicht so hoch. Und lustigerweise, also genau wie Phil sagt, die Szenen zwischen Starbuck und die, die waren intensiver, die waren glaubwürdiger, die waren auch, die haben mich nicht so angekotzt wie das Angekotze von Anders und Lee. Die haben sich nur verhalten wie Jungs auf dem Schulhof und überhaupt nicht entsprechend der Situation und das hat mich einfach nur abgenervt. Was ich toll finde an dieser Folge ist, dass so viele Handlungsstränge aufgelöst werden und zwar in Form dessen, dass eben Personen jetzt Orte wechseln und neue ausgerichtet werden. Denn jetzt gibt es A, eben die Wahrheit, dass Athena, nee, nicht Athena, also das Kind lebt und jetzt ist Hera, genau, vereint mit ihren Eltern. Walter, der konnte ja nicht die ganze Zeit auf den Basisschiffen sein, das wurde für mich schon dröge, die ganze Klaviermusik und der wacht wieder nackt in irgendeinem Bett auf und wandert durch den Basissstern. Wird echt langweilig, dass er jetzt wieder zurück ist in seinem angestandten Umfeld, wo er großspurig eins auf den Deckel kriegen kann. Finde ich gut und vor allem dieses ganze Knisterpotenzial jetzt noch, wenn er nämlich ausgeliefert ist, Tai und Adama und Roslin und so weiter und so fort. Da gibt es viele, die noch ein Hühnchen mit ihm zu essen haben. Das heißt, es wird viel aufgelöst und Platz für neu gemacht. Hühnchen mit ihm zu essen haben. Das ist aber nett, dass sie zum Essen einladen. Ah ja, es wird gerupft, ne? Ach, Mist. Man soll die Katze nicht verkaufen, bevor man sie geschoren hat. Jan hat jetzt den Kampfnamen Biff. Biff aus Zurück in die Zukunft hat ja auch immer die Sprichwörter verdreht. Ja, aber ich bin da notorisch falsch. Ja, ich gebe der Folge auch acht Punkte. Vielen Dank. Worauf ich, noch eine Kleinigkeit einschieben, worauf ich auch gespannt bin, ist, ob Heras Eltern, wie stark der Groll da jetzt ist. Mhm. Ja, das war, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt so ein Groll hegen können gegen den alten Mann, weil, wie er meinte in der letzten Folge, als Hilo meinte, wie können sie, ausgerechnet sie, so was machen, da können sie uns doch nicht verstehen. Und er meinte, ja, der Unterschied ist, euer Kind lebt noch. Und ihr werdet das zu schätzen lernen. Oder ihr werdet noch froh darüber sein oder irgendwie sowas. Mhm. Das war auch ein starker Moment, dieses... Ich wäre trotzdem erstmal ein bisschen stinkig. Ja, ja. Aber halt nicht ihm gegenüber. Doch. Ja? Er wusste das ja nicht. Ja, das wissen doch aber die nicht, dass er das nicht wusste. Das hat er ja nicht... Das wissen wir nicht, ob er es ihnen gesagt hat oder nicht. Der hat doch da wieder so... Wir wissen, dass er es ihnen nicht gesagt hat. Vereinte Front mit der Präsidentin gemacht. Er hat nur nichts gesagt, als die Kamera drauf war. Stimmt. Ach so. Ja. Aber er muss ja irgendwie... Er muss ja irgendwie gesagt haben, als sie sagte, stimmt es, dass mein Kind noch am Leben ist? Moment, da muss ich einmal nachfragen. Ein Moment. Hold the line. Oder sagt nein? Ja, es ist richtig. Euer Kind ist noch am Leben. Ja, Ben, was sagst du? Ich gebe der Folge auch acht Punkte. Also mir hat es ja auch super gefallen. War eine sehr gute Fortsetzung zu der Vorgängerfolge, die ja so ein bisschen eher so der Aufbau war. Und die Folge hat das Ganze jetzt zu einem guten Abschluss gebracht. Gibt nicht viel, was man kritisieren kann. Ihr habt das meiste ja jetzt auch schon gesagt. Ist natürlich noch Luft nach oben, aber hat die Doppelfolge gut abgeschlossen. Und wir stehen jetzt vor sehr vielen neuen, offenen Handlungsspielräumen. Das ist gut. Das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Politiker. Ähm, vielen Dank. Das ist gut. Dann schließe ich mich an. Ich gebe auch acht Punkte. Ihr habt schon alles gesagt. Ich fand die Folge solide gut. Viel besser als die letzte, tatsächlich. Ja. Aber war halt auch die zweite, die Auflösung sozusagen von der Doppelfolge. Ja. Irgendwas wollte ich da noch sagen. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ach so. Dann freue ich mich nämlich auch schon auf die nächste Folge, die von Edward James Olmers inszeniert wird. Bin ich gespannt, ob der das kann. Kennen wir den schon? Ja. Und die heißt Taking a Break from All Your Worries. Klingt so ein bisschen wie eine Füllfolge oder wie eine komödienhafte Folge. Ich bin gespannt. Once more is feeling. Oder. Eine Method Acting Komödienfolge. Genau. Oder eine Musical-Folge. Mit Boxen. Mit Boxen. Eine Musical-Folge mit Boxen. Das wäre so geil. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich erinnere mich nicht mehr auf Deutsch. Heißt die Zuckerwurfenpeitsche. Kommt dann beim nächsten Mal. Letzte Worte. Phil. Xenaboxen. Brathähnchen mit Balta. Perfekt eingeparkt. Okay. Und dann sage ich noch, wenn sie eine Nova kennen, kennen sie alle. Und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ciao. 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 Das war interessant. Ciao, ciao. Du, du. Babudi. Ich bin echt mal gespannt auf Marios Erzählung. Hab'n wir jetzt schon mal angeteasert. Wahrscheinlich ist alles geheim und er darf nichts erzählen. Und er darf nichts erzählen. Hab'n ihr pack'n Tempo geklaut oder so. Aber er hat ja schon gesagt. Was hat er gesagt? Der Mitarbeiter hat Google Play Kartencodes übers Telefon durchgegeben. Wollte gerade nach Hause gehen und habe das zufällig bemerkt, als ich ins System geschaut habe. Menschen sind so. Müssen die nicht aufgeruppelt werden? Sind die nicht normalerweise inaktiv, bis die an der Kasse aktiviert werden? Das meint er wahrscheinlich, wenn er ins System geguckt hat. Achso. Er hat die abkassiert und dann durchgegeben. Hm. Verstehe. Du hast 100 Google Play Karten in 5 Minuten verkauft? Ja, ja. Da kam so ein reicher Russe rein. Google Play. Google Play Kartencodes. Russischer Oligarch. Bei Jopiko 5 fand ich nur blöd, dass man nicht mehr so frei bauen konnte. Das war sehr quadratisch wieder plötzlich. Ja, das stimmt. Ja, ich habe die auch alle gespielt, aber beim 6. finde ich es halt toll, dass du mehrere Inseln auf einer Karte hast. Ah. Und die kannst du dann verbinden mit Personalfähren und Materialfähren und so. Ja, das kaufe ich mir eh auch wieder. Das gibt es ja schon in der Beta, oder? Ja, wenn du vorbestellt hast, darfst du die Beta spielen. Okay, aber dann warte ich lieber, bis es fertig ist. Und Anno habe ich vorbestellt. Was? Anno habe ich vorbestellt. Oh ja, das wird auch toll. Das habe ich zuletzt gesehen bei Rocket Beans. Ja. Da habe ich die Beta auch schon gespielt. War auch sehr schön. Da sieht es so gut aus. Ich habe sogar einen Timer gestellt, wie viele Tage noch bis Anno. Oh ja, das wird schön. Das habe ich, glaube ich, auch auf meiner Wunschliste. Kommt erst im April, aber komischerweise habe ich direkt die Woche danach Urlaub. Das ist aber merkwürdig. Wusstest du das etwa? Hm, ich weiß auch nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wird wahrscheinlich eh nochmal verschoben. Ja, das wäre mir egal, solange es dadurch besser wird. Ja, müsste ich ja meinen Urlaub verschieben. Ja, in dem Fall ist das doof. Ja, aber ansonsten habe ich da keine Probleme mit, solange sie das nutzen. Nein, ich habe da, ja, ja, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich nicht deswegen meinen Urlaub da hingelegt, sondern das war mir zum Fall. Ja, ja, mhm, 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 mhm. Das ist die Woche nach Ostern. Und worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist Imperator Rome von Paradox. Da habe ich keinen Bezug zu. Ach, das hat nichts mit den alten Rome-Spielen zu tun, oder? Nee, das ist jetzt was anderes. Also, Paradox kennst du, ne? Ja, ja. Hearts of Iron und Europa Universalis und so. Stellaris habe ich ja jetzt gespielt. Ja, genau. Und das ist halt zur römischen Zeit exakt das gleiche Spiel, nur mit anderen Texten. Viele beschweren sich ja, dass Stellaris auch wieder so umgebaut wurde, dass es genauso ist wie alle anderen. Aber ich weiß es nicht, weil die anderen alles nicht kennen. Ja, aber ich mag das neue Stellaris tatsächlich mehr, muss ich sagen. Ja, ich kann es, wie gesagt, nicht beurteilen, weil ich diese ganzen anderen außer Hearts of Iron nicht kenne. Nee, nee, ich meine jetzt im Vergleich zu, wie es vorher war. Ach so, mhm. Weil ich finde das neue Planetensystem und Kolonialsystem und so viel besser als das alte. Wie waren das früher? Ja, du hattest ja dann quasi diese Pops, also die Population als Figur, die du von einem Feld aufs andere gezogen hast, so wie bei Civilization so ein bisschen. Ach so. Und jetzt hast du das ja nicht mehr, jetzt musst du quasi, ähm, passiert das alles im Hintergrund und du gibst quasi jetzt nur noch die Arbeitsplätze vor. Du baust also quasi die Arbeitsplätze direkt. Ja, das weiß ich ja, wie es jetzt ist, ja. Genau. Ach so, du hast das vorher gar nicht gespielt bei Stellaris. Nee, ich kenne nur, seit es die Megakorps gibt. Okay, ja, genau. Du hattest doch extra gesagt, ich soll warten, kurz bevor das Update kam. Meinst du, jetzt sollte ich noch ein paar Wochen warten. Genau, weil ansonsten hättest du für zwei Wochen das alte System gelernt und dann, ja, das stimmt. Ich meine, also das Neue ist besser. Das Alte war halt so, es war so arcade, so vereinfacht, simpel gehalten. Das hat mir nicht gefallen. Ich hab das Gefühl gehabt, die wollten einen irgendwie künstlich dumm halten. Okay. Und mit dem Neuen bist du halt viel komplexer. Du musst halt jetzt, es gibt jetzt auch viel mehr Ressourcen, die gab's früher alle gar nicht. Und du musst jetzt immer abwägen, auch mit diesen Luxusgütern und mit den Konsumgütern und so, dass die auf dem Planeten immer genug zur Verfügung stehen. Und das war vorher alles nicht. Du hast deinen Planeten ausgebaut früher und hast dich nie wieder drum gekümmert. Deutsche Bank ist in ein 9 Milliarden russisches Geldwäsche-Ding verwickelt. Warum überrascht mich das denn? Die Nachricht kannst du, kannst du, Steuerung C, Steuerung V. Oder ganz einfach, Mafia-Bingo, Deutsche Bank. Yes. Das ist echt eine der schlimmsten Banken, die ich kenne. Ja, ist unfassbar. Können wir nochmal zu Jack Ryan zurückkommen? Okay. Ich find's scheiße. Äh, nein. Die Musik wird von meinem neuen Lieblingsproduzenten, Dirigenten, was auch immer, Musikmacher gemacht. Danny Elfman. Nein, Ramin Javadi. Wer kennt ihn nicht? Ich. Ich. Der alte Duisburger hat nämlich sehr, sehr viele gute Musiken gemacht in letzter Zeit. Und ich find's ein bisschen verwunderlich, dass der so selten irgendwie mal genannt wird. Der, äh, wurde auch von Hans Zimmer angelernt. Mhm. Der hat zum Beispiel gemacht die Musik zu Iron Man. Der hat bei Batman Begins und Fluch der Karibik mitgearbeitet. Der hat die Musik gemacht zu Pacific Rim, zu Jack Ryan, zu The Great Wall. Und was ich total krass finde, der macht die komplette Musik zu Game of Thrones. Daher kann ich das. Oh, das find ich jetzt nicht schlecht. Aber The Great Wall. Also, die Musik von The Great Wall fand ich super. Ich hab mich echt nicht auf die Musik konzentrieren können. Der Film war scheiße. Ich kann mich jetzt an die Musik nicht erinnern, aber ich bezweifle nicht, dass die Musik besser war als der Film. Oh doch. Ja, eben. Die war tatsächlich ziemlich gut. Das kann man unterschreiben. Ja, ich kann mich an die Musik nicht erinnern, weil ich einfach so mit offenem Mund da saß und dachte, Euer Ernst? Der Film war auch wirklich schlechter. Der Film war auch wirklich schlechter. Da kann ich ja nichts dafür geben. Ja, zu Person of Interest auch. Daher kenn ich ihn. Genau, Person of Interest. Westworld hat er die Musik auch oder macht immer noch die Musik zu Westworld. Oh. Daher kenn ich ihn. Amin Javadi. Sex, ja. Westworld habe ich mir sogar die CD gekauft. Da finde ich das als eins der besten Intros, finde ich, ist Westworld. Ja. Mit diesen weißen Figuren auf dem Klavier. Westworld hat auch tatsächlich durchgängig gute Musik. Ja. Wie gesagt, da habe ich mir die CD gekauft. Schreibt den Namen. Digital. Wie war der noch? Ramin Javadi. Ist auch egal, wie du ihn schreibst. Google findet schon den richtigen. Ich habe ihn auch völlig falsch geschrieben. Und er hat ein lustiges, ein sehr nettes Bild bei Wikipedia. Der Westworld Musik. Es kommt bestimmt gutefrage.de. Ja, wirklich. Nett. Nett. Ramin Javadi. Wirklich? Erster Treffer. Google ist gar nicht mal so übel. Dieses Google habe ich davon gehört. In Duisburg geboren. Deutsch-iranischer Komponist. Hm.